Hallo Freunde, ich bin's hier wieder, eure Sabrina und wir sind hier gerade bei Felix in Silverglade und er wünscht uns halt früher Ostern und er hat natürlich ganz viele Eier wieder versteckt und wir sollen alle seine Eier finden. Ostern auf die jörbische Art. Ja, das ist ja mal wieder ein paar hier noch. Ostereier suchen und suchen. Und schaut mal hier, hier haben wir eins. Fünf Stück brauchen wir. Wir kletzern nichts. Wir gucken hier, wir müssen ein bisschen kletzern. Und wo hat er nur die ganzen Eier gesteckt? Komm hoch da. Da geht's auch nicht weiter. Mann, dann hat er ja diesen Kleti-Eier hier richtig gut gesteckt. Wir machen es das super gut. Fünf Stück cried. Wir schauen uns mal wieder an einem Schuss zu sehen. Wir machen hier. Wollen wir noch einen Schuss auf, oder? Was das pensstabend ist? Jetzt sind wir, dann will ich sie hier? Ich habe jemanden. Schokolade? Ja. Einmal habe ich dabei. Einmal? Ja, einmal. Einmal eingeführt. Da ist er. Wir haben hier eine Forderung erfüllt. Jetzt stecken wir hier fest. Gibt ihr das? Wir stecken fest. Wir kommen hier nicht weg. Also lassen wir uns abholen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind hier jetzt wieder in Silberglade. Wir haben uns natürlich wieder von allem gefreut. Und hier bei Felix. Dann machen wir eben das ab. Und das Dankeschön haben wir einmal hier. So, ein gekochtes Ei. Damit haben wir die Aufgabe, die im Questlog steht, auch schon erledigt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Eiersucht-Quest wieder. Bis dann! Bisョankhaft. 저 고령 das ich heute nicht sogar Cut bar. Bis dann gensgut. Das war Bethph�. Da ist doch ein Leben auf dem teater lang? Vielen Dank.